Mich hat kurz gezogen und bitte Haaland, 2-0. Sancho sieht der Haaland, er sieht ihn und er trifft. 3-0. Ich denke es ist... Achtung Haaland, sorry, wir sind beim anderen Stürmer. Und wir sind beim 2-2. Sehr, sehr guter Abschluss. Ballerobo von Reus über Reina besitzt zu Haaland. Tor, 1-0. Und dann Haaland! 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 Die команde unterstützt. Noch eine Überraschung! Und ein Ball! Das ist schon... Das ist schon... Sancho, Haaland! 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 Ja, ich bin. Ich bin. Und dann? Aber es ist Holland. Es ist ein 1-1. Und das ist 2-0. Und das ist ein... Und das ist... Und das ist wieder... Die ist wieder... Es gibt nicht Hummelsa, aber es ist Pizzele, es ist ein Goal, so ist es, Erlingke braucht Haaland. Es ist Fadon. Hier ist der высокige Spieler Nummer 20, weil es ist ein Goal 3-0, Haaland. Aber es ist nicht so gut. Sehr guter Ball, Haaland spricht etwas zu weit weg, Haaland! 2 zu 3, 8 Minuten. Erling, Haaland! Erling, Haaland! 1 zu 1! 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 2 zu 1! Borussia! Und wie sie jetzt? Bülgge und Isländer! Bülggem versiedelt. Haland! 1 zu 3! 1 zu 3! Erling, Haaland! 2 zu 1! Erling, Haaland! 2 zu 5! Erling, Haaland! 2 zu 5! Dortmund haben sie nicht gewonnen, wie Haaland gewonnen hat. Und jetzt ist eine große Chance. Haaland, 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 Haaland! Haaland! Das ist ein Goal! Vielleicht können wir seine Namen ändern? Ja, wir müssen alle geben! Wir gucken nicht. Aber es sind ja bei uns. Ich glaube, wir werden alle gehen, aber wir werden sie nicht. Sie haben einen Däumen! 2 zu 1! 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 1 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 zu 1! 2 zu 1! 2 zu 1! 2! 1 zu 1! und da ist plötzlich freie fahrt für harland ähnliche situation wie nach der elfmeter entscheidung 3 2 für den bvb und diesmal zählt es erstmal nicht ins aus und stattdessen gibt es dann die möglichkeit für erling holand 2 2 und tosch beschwert sich bei holand und nimmt dann mit allen raun nachsiv очень сложно в такой ситуации остановить holand 3 1 2 на 27 минуте просто как танк по центру футболисты борusse nach bravo pass holland 1 3 43 minuta sancho chipt in schwieriger ein klasse tor 0 2 erliga land 45 minuten der doppelte berlinge motor und 04 gegen alante des isne weinen gewiss lasse jetzt hat harland ein bisschen platza dargeben auf dem moment für doch nicht mit dem salsen das leben muss mit zurück dass zuständigkeit hat 1,2 zu machen! Das ist nicht so, in definitiva. Achtung, Haaland! Gol! Borussia! Haaland, Marco Reus! Ha golpeado Haaland, hat er wieder! Und es hat er wieder gesehen! Gol! Feier gesto Haaland, der Busch von Bono! Er ist weg! Toller Ball! Haaland, Romere! Haaland, Tor! Wahnsinn! Haaland is voorbij, aan Maximilian Arnold, Haaland voor Castells, en hij maakt die rij! En daar is Haaland, en nog steeds, en Haaland! 2-0, Leipzig leed een, Dortmund neemt aan, Sancho Hazard is daar. En Haaland is daar, aanbevuld, en nu, nu is de deckel op de pokal! Paasje, randje buitenspel, maar misschien niet voor Haaland, zit hij er al in, ja? Is het buitenspel!